Ja, die nächste Funktion ist der Thesaurus oder Cisaurus, kommt aus dem Altgriechischen, bedeutet Schatz. Gemeint ist hier praktisch eine Wissenssammlung. Was kann der? Der wandelt Wörter in andere Wörter um, die eine gleiche Bedeutung haben. Das heißt, man wählt ein Wort aus, Rechtsklick und hier haben wir den Begriff Synonyme und hier kann ich dann ein Synonym auswählen, das hier passt. Natürlich bedeutet wandelt auch bewegen, spazieren gehen, das ist jetzt hier nicht gemeint. Aber hier unten finden wir das Wort ändern und dann kann man das entsprechend auswählen. Ich kann es auch für Wörter nehmen, die mir vielleicht gar kein Begriff sind. Also Resümee, schauen wir mal, was es hier wieder gibt. Diesmal gehe ich hier auf den Thesaurus, hier seitlich gehen Fenster auf und hier habe ich dann wieder weitere Wörter als Synonyme, wo man vielleicht das eine oder andere dann eher erklärt, was ein Resümee ist. Mit Fazit kann man dann vielleicht eher was anfangen. Hier klickt man dann auf das Dreieck, klickt auf Einfügen und dann habe ich hier praktisch das Wort Fazit stehen. Diese Funktion gibt es nicht nur über den Rechtsklick Synonyme, sondern man findet es auch unter Überprüfen und hier wäre dann praktisch der Thesaurus. Okay.